Hallo ihr lustigen Weltraumreisende da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind momentan auf Aya und wollen hier mit diesem Händler handeln, dem ich hab den Namen leider völlig vergessen, egal. Dem Händler auf Aya. Was hat denn der? Mein Gewassflüssigkeitsbeutel. Okay. Schildkondensator Fluorid. Das sind ja spannende Dinge. Ja, super. Das ist eine Dahn 4, eine N7-Igel. Nummer 4. Fusionsmod. Uff, äh, dödödödödöd. Ja, ist mir eigentlich ziemlich egal jetzt gerade eben. Ja, zurück. So, diese Mission haben wir jetzt auch abgeschlossen. Es ist für mich nur noch die Frage, ob es noch eine andere gibt. Noch habe ich ja glaube ich nicht das Recht, irgendwie weiter in das Gebiet vorzudringen, ne? Hier, oder? Sie haben zu diesem Gebiet keinen Zutritt. Dankeschön. Oder auch nicht. Äh, Map. Was ist denn das? Tür, verschlossen, Tür verschlossen. Sie sollten nicht hier sein dürfen. Also irgendwie habe ich mich noch nicht als würdig erwiesen. Genießen Sie die Docks. Im Moment sind Sie der einzige Bereich, der Ihnen offen steht. Im Moment ist es der einzige Bereich, der mir offen steht. Okay. Ja, dann können wir ja auch wieder gehen, ne? Puh. Zeigt sich ja überhaupt nichts an hier. Wenn wir dann oben sind, dann gucken wir mal, welche Quests wir sonst noch abarbeiten können. Ich habe garantiert irgendetwas übersehen oder ich habe irgendwie so einen kleinen Bug. Ich habe irgendetwas, was mich gerade schwer verwirrt und mir das gerade schwierig macht, alles. Willkommen zurück. Danke. So, jetzt müssen wir die priorisierten Aufgaben... Ja, super. Auf Welt im Nullsystem mit dem Widerstand treffen. Das ist genau das, was mir gerade eben Sorgen bereitet. EOS. Was Persönliches. Dann machen wir jetzt halt mal das. Ich mache all das. Ich möchte einfach nur was getan haben. Und weg. Und weg. Hier ist EOS. Ich habe halt echt Angst davor, dass ich im Zweifelsfall jetzt wirklich überall hinlaufen muss. Nur, um diese Mission zu machen. Also, um rauszukriegen, was ich noch tun muss. Das PCS-System. Heimat von EOS und Podromos. Also, dass ich alles ablaufen muss auf Vault. Das finde ich nicht so geil. Was ist jetzt auch noch eine Anomalie? Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ach, da ist auch noch eins. Wie schön. Ja, das holen wir uns natürlich auch noch schön. Da gibt es Eisen. Warum auch immer das als Anomalie geortet wird. Also, in einem Asteroidengürtet gibt es halt nun mal Mineralien. Das sind die Asteroiden. Die bestehen in der Regel zum großen Teil aus Mineralien. Na, egal. So, EOS. Landezone. Und das ist wieder die Architektenhülle. Keine Ahnung, warum die jetzt ewig angezeigt wird. Ja, 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 ja. Ähm. Ja, ich lasse das einfach so. Ja, das darfst du. Die könnten ruhig auch gerade ein bisschen mehr sagen. Und ein bisschen mehr Variationen reinbringen. Irgendwie mal so ein bisschen... Keine Ahnung. Small Tor? Wäre vielleicht ganz... Phänomenal in so einer Situation. So, wo muss ich jetzt hin? Hoffentlich sehr nah. Warum auch immer das jetzt hier nochmal abgeblendet werden muss. Hä? Was, was, was soll denn das jetzt hier? Ach Gott, ich kann ja immer noch Empfänger aufstellen. Äh, stimmt. Da war ja auch was. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HMS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Mhm. Machen wir das halt auch schnell. Laufaufgaben aus der Hölle. Wisst ihr, das ist eigentlich... Also aus meiner Sicht... ...ist das überhaupt nicht der Job eines Pathfinders. Aber ist ja egal. Seltsam, wie sehr einem ein Ort als Herz wächst, wenn man dafür geblutet hat. Ja. Oh, du hast ja gar nicht geblutet. Ist hier irgendwie doch hoch. Da waren wir ja schon mal. Es wird so fast, dass es wieder genau der gleiche Quatsch ist wie beim letzten Mal. Boah, der Lärm ist extrem krass, ne? Wenn ich... Äh... Ich habe schon festgestellt, nachdem ich die Videos im Nachhinein nochmal angeguckt habe, dass teilweise der Sound so laut ist, dass ich nur schwer zu verstehen bin. Ja, wir müssen irgendwie da drauf. Hoppala. Das ist auf jeden Fall einfach, dass ich einen Weg dahin finde, wo ich... Oh, fuck. Ja, ich bin schon verfahren. Aber ich finde es cool, dass das Spiel mir auf jeden Fall auch meine Reifenspuren anzeigt. So was mag ich. Ja, wir werden schon irgendwie... Cat-Maschinen. Achtung. Noch mehr merkwürdige Tech, die einfach nur merkwürdig ist. Ja. Ich finde es schön, wie ihr das festhält, ne? Es gibt ja einige Leute, die diese Tech, äh, von den Relikten irgendwie ein bisschen zu... Also, ich sag's mal direkt raus, die finden sie dämlich. Wie einige Kritiken, äh, gewürzt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Manche sprechten so Deos Ex Machina Maschine. Im Grunde ist es das ja auch so ein bisschen. Aber letzten Endes ist halt die Frage... Für mich ist es halt immer noch die Frage, ich weiß nicht, wie erklärt das am Ende Mass Effect Andromeda. Vielleicht gibt es eine elegante Erklärung. Da sind wir draußen eigentlich keine richtig großen Bestien? Doch. Wir hatten bei uns Dreschschlunde. Man musste eine töten, um als Erwachsener zu gelten. Und wenn man es nicht geschafft hat? War man tot. Das klingt, als hätte man sich den Kampf auch sparen und einfach weiterleben können. Wenn sie das Leben nennen. Tja. Besonderes Sichtweise. Moment. Also irgendwie muss ich da dazu kommen. Ah, hier außen rum. Ne, was ich sagen wollte, äh, hab ich fast jetzt schon wieder vergessen. Weil die mir natürlich jetzt wieder mal ins Wort gefallen sind. Ähm. Ja, genau. Vielleicht gibt es ja einfach eine elegante Erklärung für die, ja, nicht ganz elegante Darstellung von diesen Teilen, ne? Kann ja gut sein. Ich will darüber erst urteilen, wenn es soweit ist. Drei weiterer Nachrichtenempfänger in Position. Ja, den haben wir sicherlich dabei gehabt. Ha, 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 ha. Was? Bei einer Expedition nach EOS im Kritis-System wurde eine geheimnisvolle Anlage entdeckt, die von den Behörden als Gewölbe bezeichnet wird. Obwohl bislang nur wenig über dieses Rundschlunde stoffen, geht man davon aus, dass es zu den Delikten stammt. Die renommierte Atari-Wissenschaftlerin Calisaria Vesail äußerte sich wie folgt. Ja, cool. Dann haben wir jetzt hier tatsächlich Nachrichten. So, und wie, 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 ist es wieder Aufgabe Verstärkung des Signals? Ne, das ist ja nicht das, was ich gerade machen will. Ich möchte die Helios-Aufgaben auf EOS machen. So, wo muss ich dafür jetzt hin? Wie ist es auf die Tempest? Hä? Hä? Das verstehe ich nicht. Moment. Wir sind jetzt hin über die Lithos erneut. Keine Ahnung. Sollen wir das ja nochmal probieren? Sollen wir nochmal versuchen, diese blöde Kaserne zu zerstören? Nicht wahr, dafür zu haben. Ich probiere es einfach nochmal. Was haltet ihr davon? Vielleicht ist es ja gepatcht inzwischen, ne? Es ist ja schließlich, ähm, nicht mehr technisch der exakt selbe Stand. Was ist das hier? Keine Ahnung. Wieso heißt Ihre Galaxie Milchstraße? Tut sie nicht. Aber Liam hat gesagt... Milchstraße ist der Name, den die Menschen benutzen. Wir nennen sie anders. Und die Salarianer wieder anders. Und wie nennen sie sie? Sie ist 600 Jahre weit weg. Ich nenne sie Passé. Passé. Oh Mann. Ja, so kann man sich ja auch um die Antwort rumdrücken. Auch als Entwickler, ne? Das ist ja immer nur die heiße. Ja, beantworten die Frage einfach nicht. So. Wie gesagt, jetzt probieren wir einfach nochmal diese blöde Kettenbasis jetzt nehmen. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich hier irgendwie falsch gefahren bin. Mal wieder. Aber so kann man sich den ganzen Mist ja auch mal von unten anschauen, ne? Uhuhuhu. Ja, da will ich jetzt nicht unbedingt runterfallen. Das würde irgendwie so ein bisschen... ...meine Bemühungen mit Endgültem-Kaufettieren da hochzukommen. Warte mal, der war doch eigentlich direkt vor dieser... Ja, genau. Ach Mann, ey. War doch direkt davor eins. Ich erinnere mich gerade eben dran. Oh. Mensch, Merb. Seht ihr? So. Nomad kann ja nicht angefordert werden. Wir sitzen schon in ihm drin, aber er kann nicht angefordert werden. So, jetzt gucken wir mal. Wir greifen jetzt hier wieder hart an. Au. Da sind die Schilden schon wieder im Beufel. Erstmal die Geschütze ausschalten. Vier, fünf, sechs. Oh Mann. Und dann warten wir mal. Hey. 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 Ach Gott, so einer. Ach, da ist ja schon der gute Drag dran. Das Kugel ist erledigt. Auch erledigt. Was schreien die da rum? Keine Ahnung. Nachladen. Munition aufnehmen. Ja, und jetzt geht's schon wieder los, ne? Wir sollen die Cat-Basis zerstören, aber... Uns wird hier nichts angezeigt, wo wir das tun können. Das Spiel bleibt einfach verpackt. Was soll ich denn tun? Gibt's irgendwie eine Information? Äh, Bane Massani weiß von den verschiedenen Orten auf Eos, an deren Sicherheit geschwächt werden können. Die Kaserne zerstören. Tja. Ich schreie ja nicht so rum. Sie gehen jetzt halt nochmal rein. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringen wird. Ja, ja. Dann sind halt alle wieder da. Ei, ei, ei. Ei, ei. Die haben wir auch erledigt. Oh. Jetzt komm doch her, du blödes Vieh. Weg mit dem. Der hat das überlebt. Gut, ich würde ja... Wenn nicht, gut. Wenn ja, auch egal. Die Frage ist halt, wie kann man diese Cat-Basis zerstören? Irgendwas scheint da gerade gestorben zu sein, dass mich von X gerade eben aufgelingt. Also ich hab das Gefühl, dass es immer noch hardcore verpackt. Es gibt einfach... Das ist so traumhaft, dass es halt einfach überhaupt keine Anzeichen gibt, was man tun soll. Was? Jetzt? Jetzt ist es... Jetzt ist es geklappt. Was? Warum jetzt und nicht schon vor 30.000 Jahren? Ich kann hier einfach nur weg, der blöde Kerl. Au. Komm her. Au. Na, hab ich ja Super getroffen. Wo wir gerade beim Thema Super-Treffen sind. Ich muss mal in Deckung gehen. Sonst geht's mir gleich richtig schlecht. Holla. Oh. Holy moly. Ja, das hatten wir schon mal diskutiert. Oh, hier gibt's doch gar noch was zum Ge-Looten. Was ich damals nicht ge-Lootete. Oder... Ich hab das damals schon ge-Looten. Was? Ist denn das für eine Scheiße? Ey, 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 ey. Ich frage mich, wie lange die Kette schon hier war. Ist mir jetzt ziemlich egal. Ich will jetzt mal gucken. Ist die Mission wirklich... Tatsache, die Sieg über die Kette ist jetzt abgeschlossen. Eos? Was? Hä? Oder auch nicht. Die Kaserne zerstören. Was ist hier los? Was ist hier los? Hallo, liebes Quest-Log. Nein. Die Kette über hinten... Das ist... Das ist doch sinnlos. Ich hab das Gefühl, dass ich auf beiden Planeten aufgrund von Bugs nicht weiterkomme. Und dass das Ding ja auch nicht aufhört, herumzuprickeln, ist auch nicht unbedingt positiv stimmt. Ich hab die Nase voll von diesem Planeten. Schon wieder. Tut mir echt leid, aber... Die Bugs, die sind echt schlimm. Die Bugs sind echt schlimm. Teilweise Game Breaking, muss man echt sagen. Also das ist hart. Gehen wir zurück auf die Tempest. Ich verstehe jetzt langsam aber sicher, warum manche Leute gesagt haben, sie haben nach 30 Stunden Spielzeit das Spielen aufgegeben. Ich bin jetzt bei 30 Spielstunden. Ich hab extra nachgeschaut. Inzwischen wahrscheinlich so bei 31. Manche werden da wahrscheinlich schneller spielen als ich. Sind im Steigflug. Weil, wenn das bei allen so ist... Das hat ein fairen Austritt erfolgt. Und ganz im Ernst, da kann mir keiner erzählen, dass EA-BioWare, ne, ist ja im Grunde dasselbe, dass die das nicht wissen. Alle Systeme im grünen Bereich. Also hier gibt's jetzt keine Quest mehr. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich hin? Mit Edison und ihrem Assistenten über Lithos erneuten Einsatz sprechen. Das ist dann hier. Ich war gerade eben verwirrt. Ich hab's nicht wirklich gesehen gehabt erstmal. Dann warpen wir mal da hin. Oder Massen beschleunigen oder wie auch immer. Und hoffen, dass das funktioniert. So, dann... Ja, zurück zum Nexus, ne? Ich verspringe das. Ich will einfach nur zum Nexus. Das ist alles. Und dann zu Edison. Also, das würde ich mir auch wünschen, dass man das überspringen könnte. Aber das gehört wahrscheinlich zum Ladebild schon. Das wird irgendwie so ein Overlay sein. Und im Hintergrund lädt einfach sozusagen das ganze Gebiet. Und Landung. Man stellt sich halt echt die Frage, wenn es halt so Glücksritter im Grunde sind, die einfach mal so die Galaxie verlassen und nichts mehr wirklich mit der Allianz zu tun haben, wie die das finanziert bekommen haben. Also, ich meine, das alles hier, das ist ja mordsmäßig. Das ist ja einfach nur gigantomanisch. Die Nexus und so weiter, ne? Das ist so Riesenzeug. So, auf zur Kommandosentrale. Sie hören HNS, ihren Nachrichtensender in Helios. Eine unabhängige Abteilung der Andromeda-Initiative. Und jetzt muss ich irgendwie da hoch. Genau. Verwirrend genug, das Ganze. Ja, passfinder? Wie hat die Nexus auf unsere neue Ansiedlung reagiert? Die Leute wollen unbedingt mithelfen. Die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt, aber sie inspirieren sie. Havar lockt vor allem Wissenschaftler an. Und das, obwohl dort noch so wenig erschlossen ist. Trotz des Gewölbes bleibt der Planet ungewöhnlich. Aber wer weiß, vielleicht erwartet uns ja eine Überraschung, was die dortigen Ressourcen betrifft. Unter Volt verbirgt sich so vieles. Einige bezeichnen es als wunderschön, allerdings nicht in meinem Beisein. Poesie ist bei mir weiterhin tabu. Oh Gott, ey, die Frau ist schlimm, ey. Und das war's jetzt. Auf Wiedersehen. Direktor Edison. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Ich habe aber trotzdem immer noch die Quest mit dir was zu besprechen. Was ist denn hier los? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Äh, jetzt rede ich doch mal mit dem Typen. Wieso sind Sie bei der Initiative? Ich war Lehrer. Ein gutes Leben. Ich habe bis zum Schluss die Vor- und Nachteile gesehen. Sie haben sie abgewogen und gesagt, auf nach Andromeda? Nein, es gefiel mir nur nicht, dass ich das Ende sehen konnte. Hier habe ich keine Ahnung, was morgen sein wird. Das gibt mir eher das Gefühl, dass ich lebe. Das war im Grunde einfach langweilig. Oh. Äh. Aber wir haben wieder zwei Punkte. Ähm, Labortechniker, ja. Ich tue jetzt mal Labortechniker freischalten. Dadurch kann ich jetzt die verbesserten Entwicklungen freischalten. Erhöht die erhaltene Forschungsdaten aus allen Quellen. Beschleunigte Forschung. Verkürzt die Zeit bis zum Erhalt von Forschungspunkten. Ja, verbesserte Entwicklungen. Gut. Also, es ist irgendwie komisch gestaltet, dass das halt die Kryopunkte sein sollen, ne? Und im Moment, ja, so, weiterreden. Wie kann Ihnen behilflich sein? Statusinitiative wäre mal gut. Wie ist Ihre Ansicht nach der Status der Initiative? Bitte befragen Sie dazu das ALP-Interface. Es verfügt über eine detaillierte Auflistung Ihrer Fortschritte. Und Ihre persönliche Meinung? Ihr Fortschritt ist aufregend. Ich fordere Sie dazu heraus, meinen Job überflüssig zu machen, Pathfinder. Äh, äh, ja. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Das ist alles? Sie machen's einfach? In meiner Stellenbeschreibung steht nichts von Diskussionen mit dem Pathfinder. Aber natürlich zeichne ich sämtliche Interaktionen auf. Falls etwas, das Sie verlangen, zu Problemen führt, ist damit eindeutig, dass Sie verantwortlich sind. Das ist, äh, gut. Ah, genau, die brauchen wir. Die, jawohl. Jetzt, oh. Ich habe gehört, dass die Chefingenieurin auf Eos zurück in den Kälteschlaf gegangen ist. Wir hatten einige Anfragen dieser Art. Die ersten Monate in Helios waren entmutigend. Jetzt, wo Prodromos wieder auf Kurs ist, will ich sie zurück im Einsatz. Chefingenieurin Grace Leto. Kennzeichnung E97 Durango. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas Pathfinder? Ja, die andere tut sie auch noch. Äh, warte mal. Kolonisten-ID-Kennzeichnung, okay. Warum haben einige Kolonisten eine Kennzeichnung aus Zahlen und Buchstaben? Die haben alle Mitglieder der Initiative. Zumindest irgendwo in der Datei mit ihrem Lebenslauf. Sie ist aber nicht relevant, wenn sämtliche Aufgaben von allen erledigt werden. Okay. Es ist ungefähr so wie bei einem zweiten Vornamen. Kennen Sie Ihre Kennzeichnung nicht? Ich wollte sie gar nicht wissen. Ich wusste nicht mal, dass ich eine habe. Hm. Sie waren in der Lesener Gesellschaft schon bevor sie zum Pathfinder ernannt wurden. Rider. Pathfinder. Spezialisten-Kennzeichnung. A04 Malapa. Hm. Was Interessantes? Ein A und niedrige Null. Da ist jemand schon von Anfang an dabei. Schön. Okay, warte mal. Jetzt können wir nochmal jemanden rausholen. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Und Techniker Darkat Tyrvian. Diese Sache bleibt unter uns. Hier sind die Infos. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Nee, das ist dann alles. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder. So. Ach so, das war das deswegen. Ah, jetzt habe ich es begriffen. Das hat mir vor Ewigkeiten mal gemacht. Und dann habe ich es bei ihm nicht gemacht. Okay, jetzt können wir auch noch ALP. Nee, warte mal. Gyrokapseln. Nein. Gibt es jetzt noch irgendwie etwas Set? Nach Prodromos zurückkehren. Dann kehren wir doch jetzt einfach mal nach Prodromos zurück. Und reden mit dieser Person. Vielleicht können wir da jetzt endlich mal vorankommen. Ich bin da gerade eben ein bisschen genervt, was das angeht. Das ist, äh, Open World Trouble. Oh Gott. Wo, 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 wo muss ich? Hä? Ach so, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich muss ja hier durch. Ja, manchmal, manchmal ist mir nicht zu helfen. Und wieder zur Undock-Bucht. Die Sonnenlichtlampen in einigen Quartieren der Nexus werden in Kürze gewartet. Ein Hoffnungsschimmer für alle, die durch ihren Dauerbetrieb um den Schlaf gebracht wurden. Das war HMS. Ja, ja, immer noch die Sonnenlichtlampen. Offensichtlich scheint das Problem schon längere Zeit zu existieren. Wie machen die das mit den Wolken, ey? Das, äh, muss ein sehr, sehr aufwendiges, äh, Technikspielchen sein, hier da Wolken darzustellen. Weil wir sind ja nicht irgendwie auf der Erde oder so, ne? Wir sind im All. Das ist höchstwahrscheinlich einfach nur eine riesige TFT-Leinwand. Hahaha. So, auf nach Podromos. Was? Moment. Ah, ist egal. Ich wollte jetzt eigentlich rauskriegen, wer mich da jetzt gerade eben anlabert und warum, aber... Dann halt nicht. Und geht da hier hin. Wenn es wichtig ist, Safari ist noch. Warp. Das Pisces-System. Heimat von Eos und Podromos. So, dann sollen wir wieder nach Podromos. Und bitte landen. Bitte ohne Animation. Jetzt hoffe ich, dass diese Person endlich da ist und dass es jetzt endlich mal No Trouble gibt. Die Zukunft erwacht. Auswahl... Nein, ich will das nicht bestätigen. Auswahl bestätigen. Das ist das, was ich möchte. Leite Sinkflug ein. Sinkflug... Die Werte passen. Alles ruhig. Sinkflug, du so viel wie du willst. Solange wir heil ankommen, sollten wir es recht sein. Das kommt wieder dieser komische Schwarzbildschirm, den ich nicht verstehe. Wie gesagt, ach so, weil das Spiel speichert. Deswegen... Ah... Oh... Egal. So, das dürfte jetzt nicht allzu weit sein, hoffe ich doch mal. Da, direkt vor uns. 100 Meter. Hey, wir könnten eigentlich mal messen in so einer Situation. Wenn wir nochmal irgendwo 100 Meter sehen, messen wir mal, wie schnell der rennt. Ob der realistisch schnell rennt. Oder ob der irgendwie in Usain Bolt ist. Hahaha. Darke Thirvian. Ich weiß, ich wurde vorzeitig aus der Stase geholt. Meine Familie ist dankbar dafür. Aber ich stehe in ihrer Schuld. Irgendwann wird jeder geweckt. Das mag sein, aber sie sollten zumindest auch davon profitieren. Ich betreibe jetzt Exo-Studien, aber in einem früheren Leben war ich... Taktik-Expertin. Wenn ich die Kett auf diesen Planeten mit Nachschub versorgen müsste, würde ich reindriften. Und es gibt nicht allzu viele Gravitationsrouten. Hier sind ein paar NAV-Punkte, die sie auf Anomalien überprüfen könnten. Gute Jagd, Pathfinder. Äh, okay. Kettlage im FETEAS-System finden. Und ansonsten, war es das jetzt schon hier schon wieder? Moment. Scheinbar. Okay, wo muss ich dafür jetzt hin? Ich weiß es nicht. Dann rennen wir jetzt halt wieder zu Dingen. Ich dachte ja nicht, dass ich damit jemand anderes reden soll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ja, er ist, er ist, er ist, ja, nicht besonders schnell. Sind im Steigflug. Also seine 13 Sekunden, zwölf, 13 Sekunden braucht er schon für 100 Meter. Er ist jetzt auch nicht besonders langsam, aber auch nicht besonders schnell. Willkommen zurück. So, wo muss ich jetzt hin? Anomalie auf den Sensoren. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Was ist das? Ah, Cat. Oder? So ein Cat-Orbit-Dingens da, oder was? Aha. Und was ist das jetzt? Äh, war's das? Echt jetzt? Ja, dann springen wir da hin. Das war's. Wir scannen jetzt hier so ein bisschen rum und... Äh. Wow. Der Wahnsinn. Ja, wir sammeln hier gerade immer noch, immer noch ein. Was, was soll denn das jetzt? So, raus. Abgeschlossen. Yeah. Super. Ähm. Und jetzt? Helios Aufgaben. Nexus. Vielleicht soll ich das noch machen? Ich weiß es doch nicht. Äh, World. Haben wir immer noch bloß diese Brückensabotage. Haval. Dester. Eos. Cat und Bane. Und was ist mit den Priorisierten? Auf World mit... Im Null-System mit dem Widerstand treffen. Äh, es ist doch einfach noch traurig. Gil Brody, ein Pokerspiel. E-Mail von Gilry lesen. Ja, komm, dann mach ich das jetzt mal. Ich bin jetzt gerade eben eh im Raumschiff. Kann doch jetzt irgendwie sicherlich... Warte mal. Äh, T. T. Dann versuche ich jetzt mal, diese formaldeite E-Mail zu lesen. Poker. Rider, Ihre Glocke hat geschlagen. Kommen Sie ins Vortex auf der Nexus. Ich mische die Karten ihres Untergangs. Bis dann, okay. Reltech. Dank des Reliktspeichergeräts aus dem Eos-Gewölbe brauche ich nur noch ein spezielles Reltech-Teil, um meine Projekte abzuschließen. Mein Scanner hat das Gesuchte auf World geortet. Könnten wir, weil wir Gelegenheit danach suchen? Pibi. Okay. Jetzt sind ja mehrere Leute. Pibi. Ja, das ist jetzt gleich eine Neurigtsjahrs-Sage, die ich je begegnet bin. Und das will wirklich was weißen. Sie muss dringend vier oder fünf Gänge runterschalten, sonst bin ich bald weg hier. Okay. Okay. Pibi ist sehr von sich selbst überzeugt, habe ich so das Gefühl. Seltsamer Wölstein. Nein, Chief Lucan. Meteorien-Geißel vorgegangen. Dadurch wurde sie mit... Bla, 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 bla. Alles ganz toll. Alles ganz wichtig. Sie kennen mich nicht, aber es heißt, sie suchen nach unserer Arche, der Louisiana. Ist das wahr? Die Führung der Nexus ist so sehr mit der Station beschäftigt, dass die Arche einer von allen vergessen wurde. Bitte geben Sie nicht auf. Meine Pflegeschwestern waren auf der Louisiana. Oder Loicinia. Loicinia, genau. Ich halte jeden Tag nach Ihren Ausschau. Wenn Sie wirklich da draußen sind und nicht im Orkusnebel verloren, dann bringen Sie sie bitte nach Hause. Ich bete für Sie. Mail vom Angaranischen Widerstand. Sie haben eine alte Angarische KI und haben Sie zerstört, um ein Angara-Leben zu retten. Eine schwere Entscheidung, die Sie im Eifer des Gefechts treffen mussten. Ich unterstütze das. Ich hätte genauso gehandelt. Diese frühere Sklavin hatte eine Familie, die Sie vertot hielt. Sie haben Ihnen ein großes Geschenk gemacht. Die Meinungen auf Aya dazu sind geteilt, aber ich vermute, dass Ihnen das niemand ins Gesicht sagen würde. Ich finde solche Debatten erfrischend. Wir sind nun mal ein komplexes und emotionales Volk mit vielen verschiedenen Standpunkten. Großartig. Geheimne Infos. Welt. Die Befreiung des Arbeitslagers auf Welt hat uns neue Informationen gebracht. Seit Jahren haben die Kette unsere Arbeit in der gefrorenen Stadt ja nie ignoriert. Dass wir nach Überresten unseres vergrabenen Vergangenheit suchen, schien für sie keine Bedrohung darzustellen. Aber eines Tages müssen wir etwas entdeckt haben, das die Kette für außerordentlich gefährlich halten. Sie sind in die Stadt eingefallen, haben unsere Archäologen getötet und versklavt und alles abgeriegelt. Die Informationen aus dem Arbeitslager scheinen zu bestätigen, was bisher nur haltlose Gerüchte waren. In den Tiefen der Stadt könnte eine alte KI, ja, ja, das haben wir rausgegeben, aus der Zeit vor der Geisel eingeschlossen sein. Das erklärt die schnelle und gewaltige Aktion des Präfekten. Bitte behalten Sie das für dich, Datenkerne. Hey, Reiner, bla bla bla. Ich halte sie auf dem Laufenden. Okay, jetzt haben wir die E-Mail gelesen. Wir haben jetzt alle E-Mails gelesen. Habe ich jetzt hier wieder neue Möglichkeiten? Ich möchte jetzt momentan das eigentlich jetzt nicht unbedingt als erstes machen. Hier, Leos-Aufgaben. Welt. Die Bomben finden. Ganz im Ernst, da müsste ich überall rumfahren. Ich will aber nicht. Okay, liebe Leute, wir werden jetzt einfach jetzt in der nächsten Folge machen wir das Pokerspiel. Das ist jetzt einfach mal so meine Why Not, ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun, Idee. Also gehen wir da hin. Ich wünsche euch, ihr habt euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss und Ade. Japan Mamma. Bitte.